Die Ratschläge konnte ich, die dem Vater, der Hauptfigur im Nachhinein gegeben wurden, da konnte man ein Stück weit dieses Rollenspiel oder auch die Figur des Vaters wiedererkennen. Viele sind aber auf diesem Weg geblieben, wie sie es halt von sich aus kennen und wollten halt im Endeffekt, dass auch die Hauptfigur nachher den gleichen Weg eingeht und zwar, dass im Endeffekt so ein demokratisches Grundverständnis von Familie vorherrscht, war auch bei den Ratschlägen so, dass die vor allem gesagt haben, sprich mal mit deinem Vater oder zeig ihm, dass das auch ein guter Weg ist. Das ging eher in die Richtung. Es gab ganz wenige, die wirklich sehr extrem vorgegangen sind und gesagt haben, das ist Kontaktabbruch oder hau ab oder sonst etwas. Das war wirklich das, was sie im Endeffekt, glaube ich, unter Familie kennen. Und so wollten sie das, glaube ich, auch für ihn dann nachher, dass er mit seinem Vater so klarkommt.